das geht weil ich habe hier nebenbei den laptop laufen habe ich auch wenn ich schneide alte videos schneiden will ich habe ansonsten sie ist ja nicht wenn jemand aber kommentare schreiben ich will die kommentare auf dem fernseher auf dem filmbildschirm haben nenne klar mache ich auch nicht zu mache ich die leider habe mache ich immer aus ich habe dann nebenbei das handy laufen aber mein laptop ist wirklich weil ich nur fach wenn ich sie mich halt meine formel 1 drehen und dann kann ich nicht immer auf lecker gucken das ist halt bei dem spiel ein bisschen anders jetzt noch ein bisschen anders aber momentan kann ich über den streamen wenn wir spielen wir sollten ihn mal vielleicht anhalten kurz weil da sind waffenteile und ein ausrufzeichen wir halten erst mal an ja wo das ist ein gegner die kugel war tödlich wir können einer leiche keine angst machen ist auch keine erste und wir aussteigen sind gefährlich vorher habe ich nur ausgestiegen ja gut klar sind wir sehen uns also mal lauter fahre war ja nicht eben noch ein waffenteil so so na gut wie war weiter das hat sich bei dem heute nicht was charlie und 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 ich steig schon auf hier so wahrscheinlich war gerade wahrscheinlich ja die hängen hier so rum ich erobere mal den turm ja da ist auch ein ausgericht noch da steht auch so eine kleine oder konnte ich jetzt richtig gut den granatwerfer reinknallen doch ich mache ja die hau ruck aktionen rein ich muss da eben hin und genau die meinte ich da ist ein kehrpaket wir brauchen den weg dorthin dann können wir ja auch ich gebe den rebellen den standort dann holen sie es ab zerstören sie das drogengebot voranker liegen wenn wir uns beeilen können wie sie vor der nächsten schmuggelfahrt erledigen wir haben noch mal jetzt feierabend schon oder wir machen das boot glaube ich oder die frage ist wo ist denn das hat das hier vorne eine kleine uhrwutflotte für den schmuggel nach florida finden und versenken sie sie oder habt ihr noch was dagegen was wir was machen also wie gesagt dass ich versuche ja 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 jetzt haben wir das fertigkeitspunkt dann kann man ja auch hin rüber laufen würde ich sagen die vierer meter die können wir laufen dann laufen wir das ja das ist hier vorne direkt in seiner werft oder so also auf jeden fall mit ihm ein paar leute drin ich tippe mal aus das war alles knallroter das geht aber eigentlich die haben auf jeden fall ein panzer wagen frage ich sie sehr sehr besetzt wo ja das sind ein paar auf jeden fall sind da ein paar natürlich und eigentlich haben sie uns nicht ausgelöst nebenbei mister gepanzert tot so die sniper oben sind schon mal weg ja schon wie war dann doch wieder ein bisschen zu viele meter im rücken und durch den zaun geht nicht mach mal so ist klar da sind paar drei vier fünf leute oder so drumherum kracht pumpe kracht pumpe ping mal rauskommen wird wieder aus der wachwache zum wasser her wäre ja auch mal was daneben scheiße den gepanzerten habe ich ja du hast auf den dritten mitgenommen jetzt jetzt so der ist schon mal weg der weg wo ist das ziel ja bei mir das weiß aber auch keiner zu verlieren die 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 folge die funktioniert nicht und sie gegenseitig töten ich glaube es habe ich ausgestellt oder ja alles klar so das war ganz muni verballert hier ja noch mal so ja mensch da komme ich jetzt mal was